so ich bin zurück zum essen gab lecker lecker hamburger und ich bin das dino team nicht so gerne aber ich versuche mal t-rex mit morg zwei spieler mehr um den das spiel und kantosaurus den habe ich noch nicht gespielt okay den darf ich spielen zurück und als nächstes haben die öfter 1000 spezialisten auftrag ok wo was sind da viele leute okay mal ein bisschen flugsaurier ich habe gerade blauen bildschirm wunderschön okay das ist die konsole so machen wir dann einfach das drauf moment ich muss noch mal gucken wie fliegt man mit dem ding das kann es auch nicht sein muss man die controls gucken options control maussensibilität schon mal runter ah ist der ende options so lass mich erstmal hier einstellen auch nicht keine ahnung nächste runde ja super ich wollte eigentlich gucken wie man diesen typen fliegt aber gut was bin ich denn jetzt für ein team jetzt bin ich wieder humans perfekt finde ich viel besser viel geiler wenn man denn stirbt meine güte team kameraden wo seid ihr moment ich habe angst ich will andere leute um mich herum leute leute auch tag t-rex alter bleibt stehen fucking t-rex die off nein aber aber schießt ihn nicht Oh, das hat weh. Da hat mich so ein T-Rex gefressen. Ich finde das geil, einfach hier diese... Szenarien. Ich hab da grad... Wow. Über mich läuft ein T-Rex weg, macht mir so ein kleineres Dino-Fig. Ah, 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 ah. Bis es? Wieder einer down. Nein, ah, ah, schießt ihn. Auer. Ja, geil, danke. Boah, fuck. Da wollte er grad irgendwie meine Granaten nicht nachladen. Irgendwie ist das bisschen Barrier kann da noch vielleicht dran liegen, dass ich auch noch was hochlade nebenbei. Aber so leckt's ja nicht. Man kann ja Leute töten, sieht man ja an meiner KD. 22, perfekt. Ich chick die nur mit ihm, Leute. Fickd euch, fickd euch, fickd euch, fickd euch, fickd euch, fickd euch. Wau, wow, wow, wow... wow, 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 ich sehe nicht mehr, schießen, 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 wow, fickt euch doch, aua, manu, ich versuche nochmal den Trapper zu spielen, der Trapper ist echt so ein Typ, der ist echt auf Teamplay aufgelegt, weil der macht so recht wenig Schaden, der ist echt so, ich fange für euch die Typenballer mit drauf ein bisschen und dann habe ich mit Glück auch mal einen Kill, so ist der Trapper ein bisschen ausgelegt, habe ich das Gefühl, oh, da habe ich jetzt Trapper ein Klee gemacht, wow, ich sehe nichts, ich sehe nichts, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch, Nein, lass mich los, nein, 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 nein diese flugsaurier können einen ja nehmen und erst mit mir hochgeflogen und hat mich auf dem dach abgesetzt jetzt bin ich auf dem dach wo du als person eigentlich nicht hinkommst haben wir nice leute ich bin hier auf dem dach ne das ist geil hier oben auf dem dach das ist schon nice auch nicht runter glitschen hier da wurde die mädchen abholen die umwand sauber drauf okay scheiß auf tepper so das game ist echt hammer nice nein aua ich erschießt es erschießt es aua boah das ist nicht so viel was man richtig so mit macht das ist so so aschie ist die in kassi ist die das ist so geil immer das feeling ist einfach hammer fack jetzt hat er mich ich habe mir gerade den shotgun typen mit den flares ist auch ziemlich nice aber nach dem nächsten tod höre ich erstmal auch aufzunehmen weil wegen ein bisschen leckig ich sollte dann vielleicht doch erstmal 10 hochladen die sonoraus rex flares flares und du frisst mich du frisst mich bist hier nichts ja ich habe den tyrannosaurus rex ausgeschaltet du kennst auch diese dinos die einen anspucken die gibt es ja auch danke boah ich sehe wieder nichts nein und da bin ich down ok leute denn sag ich denke dass wir für zusehen vielleicht knüpft das nächste hier gleich daran an vielleicht sind auch noch etwas mehr da ich hätte erstmal auf soll mit dem letzten macht genau gleich keinen spaß zu sehen ich hoffe er hat trotzdem spaß und ja wie gesagt jeder der spielt hat kann sehr gerne mich mal in skype hätten oder mich anrufen dass wir mal das mit so zusammen spielen können ja und dann bis dann und auf wiedersehen